Einen wunderschönen guten Abend. Was soll ich euch sagen? Wir haben eine traumhafte Kulisse hier in der Bucht angelegt und vielleicht könnt ihr es ein bisschen hören im Hintergrund. Ich zeige es euch. Also was ihr hier seht, sind natürlich die Handtücher, die zum Trocknen aufgehängt sind auf der einen Seite. Ich gebe euch die andere Seite. In so einer Bucht bist du für dich. Da heißt es einfach alle Klamotten aus, reingehen, baden und was ich beim Segeln jetzt schon liebe, dass es unkompliziert abläuft. Auf engstem Raum. Das Team, die Crew muss funktionieren und da haben wir wirklich ganz ganz tolle Leute an Bord und es ist einfach nur schön es zu genießen. Einen Tag zu segeln. Wir hatten ein bisschen Flaute mit dem Wind, aber kein Problem. Jetzt sind wir in der Bucht, haben frisch gebadet und das ist einfach wunderschön. Und ja, an so einem Abend darf man auch mal ein bisschen melancholisch werden und über das Leben nachdenken. Ich meine, ich werde jetzt dieses Jahr 40. Es steht mir zu, auch mal ein bisschen Rückschau zu machen, aber natürlich auch nach vorne zu schauen. Wir haben zu meinem Geburtstag, eigentlich in dem Jahr im November, ein riesen Event. Leider sind alle, alle Karten schon weg. Sonst würde ich jetzt noch mal fleißig Werbung dafür machen. Lasst euch einfach mal überraschen. Ich werde euch definitiv auf dem Laufenden halten und tief einatmen und wieder ausatmen und genießen. Und das werde ich jetzt genau auch tun. Ich kann es schon riechen. Es gibt heute Abend Spaghetti und ich freue mich. Und jetzt ab an den Tisch. Ciao, ciao!